Und auf zum Kern. Das hab ich gern. Ja, das Gefühl hab ich auch ohne, dass du mir das erzählst. Ja, was soll ich denn sonst machen? Soll ich hier stehen bleiben und gucken, oh, hier. Hier fällt Hülles auseinander. Und der da hinten hält sich auch noch. Skyway ist in Sight. Skyway. Ich bleib einfach mal liegen. Vielleicht geht ja die ganze Geschichte an mir vorbei. Hat noch jemand überlebt? Wir werden es sehen. Okay, hier sind schöne Wege. Hier gibt's nichts. Natürlich. Er findet noch einen. Er findet mich. Ah, du bist das. Fremder, der mir ständig was erzählt. Was hast du mir zu sagen? Wir sprechen vor allem. Es gibt ein bisschen der Kraft der Bastion in dieser Krest. genug, um den Weg zu den Kursen zu bewegen. Okay. Ich frag nach dem Kern. Es fühlt sich warm an und summt wie ein Motor. Was genau dient es? Alles, was ich ihm erzähle, ist, dass das Kurs auf dem Monument da ist. Dann schau. Ich versuche das Kurs zu lassen, gellig. Das ist der Bastion, okay. Außer wenn niemand anderes aufgerichtet wurde. Es gibt nicht immer viel zu sagen. Es gibt nicht immer viel zu sagen, ja. Aber hier ist nicht mit gerechnet. Und die Schultertasten sind auch irgendwie nicht sinnvoll. Es ist nur, dass drunter ist sinnvoll anscheinend. Ich kann hier gerade nichts machen. Ich bin in einer demilitarisierten Zone. Und was ist hier? Okay, dann gehe ich halt zurück und mache hier was. Ich drücke X am Monument. Ich bin gespannt. Die Bastion erlebt. Nicht immer viel zu erzählen, ne. Die Bastion lebt. Das sieht aus wie ein Gesicht da unten. Ist aber gar nichts. Ich kann hier nach... Fundament. Hier kann ich... ...nicht mal reinfallen. Die Bastion baut sich nicht alleine. Also nicht ganz nicht. Ja gut, dann baue ich erstmal ein Fundament. Sag mir doch, dass ich hier was aufbauen muss und nicht die Bastion... ...suche... ...ein Waffenlager. Spielschild erhältlich. Die Bastion ist ein Ort für Frieden. Aber wir können uns selbst halten, wenn wir es haben. Spielschild. Spielschild. Eine Geheimtechnik, die für eine kurze Zeit automatisch sämtliche Angriffe abblockt. Erlangt durch eine spektakuläre... ...nawe jetzt ein Tee zu viel... ...spektakuläre Demonstrationen im Stierkopfgericht berühmt. Ein Repeater geht mit einem Hörger besser als eine Box von Nählen. Die Kindheit weiß nicht, was da draußen warten. vor ja das stimmt das weiß ich nicht ich fragte ich mal wieder weil da hast du ja noch mehr zu erzählen dann gehe ich mal raus es sei denn hier kann ich nichts mehr das ist ja nur starten hier kann ich wahrscheinlich auch nichts mehr machen ich habe jetzt das war verlagert das ist schon mal gut hier kann ich da wahrscheinlich ein weiteres gebäude hinstellen und hier auch und dann auf der anderen seite irgendwann aber erstmal muss ich noch ein bisschen mehr power sammeln die gegend ab und den skyway betreten okay ach so der kann der teleportiert mich irgendwohin bringerkaserne übungsgelände hier haben die brecher einst ihre trafsicherheit mit bogen trainiert das arbeiterviertel kern geordet finde ihn und bring ihn zurück du findest vielleicht nützliche vorräte haftbezirk bereich abgeräumt diese eins beliebten schifffahrtsstraßen sind jetzt völlig verschwunden komme ich daher zufälligerweise denke ich noch mal in die bringerkaserne weil irgendwie die sind da die bringer wenn du mit dem bringerbogen entfallen den richtigen zeitpunkt abschießt er soll den bringer ist ich bin hier für target practice ich bin hier für ein kleines Spiel zu spielen ich bin hier für ein kleines Spiel zu sehen wer kann die meisten targette und die wenigstens schmerzen räumen wir mit ein paar schüssen und der zieler ab und den bringerbogen er ist fokussiert er ist armt und er ist weg Der perfekte Schuss passiert nur in der Flasche. Okay, 16 Schuss. Der Preis. Vorderer deinen Preis bevor du gehst. Etwas ähnliches. Nächster Preis. 10 Schuss oder weniger. Wo ist es hier? Wo ist der Start? Wo? Wo ist der Start? Nö, kann man davon genug kriegen? Nein. Wie verschiebt sich das Ding auch noch? Oh, das ist der Start. Und ein sehr starker Bein hilft auch. Und die Schuss, die richtigen Rechte? Ah! Ich kenne mich jetzt nicht so gut aus, aber ich glaube, mit 10 Chance kriege ich das nicht hin. Noch nicht. Zurück zum Skyway und dann zum nächsten Kern. Oder es kommt noch eine Geschichte. Hallo, Fremder. Möchtet man es doch doch in einfacherer Blick alles. Und zwar sagt er, hast du nichts, kriegst du nichts. Gut. Gehen wir doch mal zum Arbeiterviertel, um einen Kern zu finden. Geil finde ich die Schrift unten. Ja, am Zwischenschritt zwischen schlecht und falsch. Es sollte ein Korb auf einer dieser roten Strecke sein. Aber welcher? Er geht für die Schriftsteppen. Es wird keine Felddruppe dieses Mal. Aufpassen, wo du hintrittst. Schieß mach, halt. Gehen wir doch mal zurück und alles überprüfen kann. Except für das. Es ist schnell, um zu schlafen und zu leicht genug zu schlafen. Tut es auch wieder? Ja. Okay, dann schlägt es ihm ja mal ein bisschen. Boah, die gibt es auch groß. Hier füge ich deine Kiste durch. Alter. Leichling Lockruf. Zum Anrufen von 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 Leichling Lockruf. Okay, das war alles. Ein Erfahrungspunkt. Kurz Energie aufladen und dann ist weiter. Wir wissen einfach nicht, wann es genug ist. Okay, Scumbag Alley. Er ist... ...the oldest scumbag of them all... ...Gerschel. Der Kalamity ain't done much for Gerschel's sunny disposition. No core, no surprise. Like the gasfellas are hiding in front of him. Kid cuts up Gerschel like a pineapple. Old scumbag didn't feel a thing. The rest of the path is gone for good. And the city crest won't bring it back. Irgendwie gefällt mir die Erzähler. Auch wenn da ein bisschen zu viel redet. Aber das macht nichts. Ich bin immer noch gespannt, was denn hier eigentlich der Sinn dieses Spiels ist. Abgesehen davon, dass ich die Bastion aufbauen doch. Du nix. Ich verstehe. Kann auch anders. Warum ist jetzt hierher gelaufen? Ist doch nichts. Also nichts, was mich interessiert. Vielleicht geht es doch sicher. Aber... Zeit für den Erzähler vielleicht mal wieder? Oder macht er das erst, wenn ich jetzt hier sage? Hallo. Hallo. Was ist denn das? Was ist denn das? Das ist wirklich schmerzhaft. Das heißt jetzt nicht, wenn du mich damit haust. Was haben wir hier? Oh, Alter. Okay. Merken. Mehr trinken. Und ich habe mir den Schnaps. Das ist so wie in der Kneipe hier, oder was? Ein Schmied? Oh. Oh. Mal gucken, was da geht. Es ist in der Forge. Key kann die Instrumente auszunehmen. Etwas schweres. Ein Aufwertungsmaterial für den Kammelheimer. Okay. Aufwertungsmaterial für den Bringerbogen. Und Aufwertungsmaterial für die Kriegsmachreiter. Aufwertung auswählen. Gezackte Schmiede. Angriff für Lebenfeinde. Angriff für so entschieden über Zeit. Natürlich. Dann haben wir hier noch was für Vorschlagkopf. 50 Schaden. Bei so 10% kritische Trefferchance. Und der Bogen. 25% Suchgeschwindigkeit und zwei Zielbeschläge pro Schuss. Geschwindigkeit. Das war alles. Ich hab nämlich keine Punkte mehr. Gut. Also Ausrüstung verbessert. Korra ist auch nicht hier. Er hat immer wieder eine Gäste. Ja. Dreimal falsch geraten. Einmal noch möglich. Dann muss es ja wohl der vierte Weg sein, oder? Und es gibt noch einen fünften Weg, den ich noch nicht gesehen habe. Das ist wo der Gasfeller Foreman used to live. Tenden zu his flock. Stuff. Das ist ein Wunsch. Es ist das Wunsch. Es ist das Wunsch. Das ist das Wunsch. Wir haben hier auch die Möglichkeit. Ah, dann so hoch. Nicht, da ist noch einer. Auf der Distanz hau ich trotzdem noch daneben. Äh, fliehte trotzdem noch daneben oder alles. So, Ruhe jetzt. Danke. Zerlumpte Haube. Ich habe gerade nicht zugehört, macht aber nichts. Na ja, bestimmt nur Geläster, warum sehen die alle gleich aus? Okay. Und da ist es. Aber es ist in einem Alloy-Kage. Und da haben wir Teilkäfig eingesperrt. Da kann ich. Der Blusterey old Foreman ist, keepin' his fellas in check. Almost like he is showboatin' for the crowd. Okay. Mmh. Okay. Das war's für heute. Ja toll, jetzt besiege ich den Gegner und alle lieben mich, oder wie? Alle lieben mich. Alle lieben mich.